Moin Freunde und herzlich willkommen zu diesem kleinen Info-Video. Heute geht es vor allem um Projekte jenseits von YouTube, das ein oder andere damit verbundene Sellout gelöht und um den weiteren Verlauf, wenn wir auf das neue Jahr blicken und genau aus den vor allem am Anfang angesprochenen Punkten läuft dieses ganze Video unter Sellout und natürlich auch unter Hashtag Werbung und alles ist sponsert und die Erde ist nur ein Product Placement und all solche Geschichten. Währenddessen machen wir ein paar Winterhauch-Dailies und warten vermutlich die ganze Zeit auf den Spawn, wie ich mein Glück jetzt kenne. Aber darum geht es ja heute gar nicht, sondern um Informationen und damit möchte ich auch anfangen. Punkt 1 sind Hörbücher. Mein Cousin hatte ein schönes Projekt namens Heimat Harz, nicht etwa Harz IV, sondern natürlich bezogen auf den Harzkreis, eine schöne, bewaldete, natürliche und vor allem sagenhafte Region hier in Deutschland und da hat er verschiedene soziale Medienaccounts, teilt da schöne Bilder und Geschichten, macht so ein bisschen irgendwas zwischen Tourismus und Tourismus und hatte dann jetzt angefangen, mit verschiedenen Autoren Kontakt aufzunehmen und kam dann eben auf die Idee, diese Texte, die da veröffentlicht werden sollen, auch als Hörbuch einzusprechen. Und da dachte er, Mensch, in der Familie habe ich ja jemanden, der hat eine Stimme, mit der kann man so ein bisschen was anfangen und reden kann der auch. Warum machen wir das nicht? Und genau das haben wir jetzt getan, haben in den letzten Monaten innerhalb dieses Jahres verschiedene Sagenbände veröffentlicht, haben jetzt auch mit Hinblick auf die Weihnachtszeit vor kurzem eine Märchensammlung eingesprochen, also nicht wir, er stellt eben die Texte, stellt den Kontakt zu den Autoren her, ich spreche das dann ein und dann wird das eben über seinen Heimat-Harz-Verlag gelöht, veröffentlicht. Ich haue euch die Links mal in die Beschreibung, das sind verschiedene Bände, die findet ihr zum Teil auf YouTube, auf Spotify, auf Deezer, auf was es nicht alles gibt. Da gibt es diese schönen Firelinks, heißen die, da kommt ihr dann auf die Gesamtübersicht und könnt dann natürlich, wenn ihr es einmal gefunden habt, in der App, in dem Teilungsdienst eurer Wahl, auch über die Autoren, Publisher, Namen und so weiter immer weitergehen und auch die anderen Projekte finden, ganz normaler Prozess, sollte alles auffindbar sein, wenn auch ein Last-Minute-Geschenk für die Tante Brauch oder so, ja, solche Richtung, da kann man vielleicht nochmal reinschauen, wer Lust drauf hat, nicht nur bei den Schuhgurken und Iron Man Let's Plays morgens um 0 Uhr irgendwie einzuschlafen, der kann gern mal auch unsere Hörbuchprojekte auschecken, momentan natürlich auch Weihnachtspause, dann mit dem nächsten Jahr gucken wir, wie wir da weitermachen mit weiteren Sagen und sicherlich auch Märchenbänden, das wäre das zur Heimat Harz, fühlt euch gerne frei mal vorbeizuschauen. Wir bleiben beim Sellout, wir bleiben bei Weihnachtsgeschenken, es gab das ein oder andere Giveaway, es gab im Vorfeld diverse Rabattaktionen und jetzt gibt es den neuen Shop, oder besser gesagt den alten Shop, wir sind nämlich immer noch bei Elbster, Grüße gehen raus, und haben da jetzt schöne neue Motive gebastelt, auch ein extra saisonales Weihnachtshun-Motiv, was natürlich auch nicht das ganze Jahr über verfügbar sein wird und wir haben schöne Tassen, wir haben Mauspads, wir haben Hoodies und Shirts und so weiter und so fort. Wer da gern mal reinschauen möchte und sich mit Feinstimcrafts Army-Sonder-Merch versorgen will, der kann da auch gern mal vorbeischauen und den neuen Shop eben besuchen und vielleicht das ein oder andere Ding auf die Geschenkeliste packen oder sich selbst beschenken oder sich freuen, dass er eine neue Shop-Seite gefunden hat oder wie auch immer ihr das handhaben wollt. Ja, Hashtag Werbung, neuer Shop, neue Motive, alles total weihnachtlich und schön und nice. Also könnte man jetzt quasi Märchen hören und während man Märchen hört, meine Motive im Shop quasi aufrufen und dazu noch kaufen und ich habe keinen Garnisonsruhestein als Demon Hunter. All diese Sachen in der Kombination sind einfach nur wunderschön, oder? Großartig. Ja, das war quasi der Sellout-Faktor an dieser Stelle. Liebe Leute, kommen wir zum Weihnachtsgeschehen beziehungsweise dem Jahresübergang. Wir sind ja jetzt seit geraumer Zeit dabei, sowohl den zweitäglichen Upload-Rhythmus, das war totale grammatikalische Vergewaltigung, wenn ich mich nicht irre, aber muss ab und zu eben auch mal sein. Wir haben seit geraumer Zeit, das jetzt festgehalten, sogar als ich Urlaub hatte, habe ich es geschafft, alles vorzuproduzieren zum Glück, dass wir jeden Tag mindestens einen Upload, meistens zwei um 0 Uhr auf YouTube kriegen und dazu noch tägliche Streams. Das ist eine schöne Sache, auf jeden Fall macht mir auch sehr viel Spaß, euch hoffe ich auch. Das funktioniert also und ist auch für die weitere Zeit mit der Jahreswende soweit weiterhin geplant. Allerdings würde ich bei den Streams wie immer gern einiges vornehmen, was das Umstrukturieren angeht. Ja, wir haben seit längerem in Planung, seit deutlich zu längerer Zeit, eigentlich vielleicht auch mal einen Stream zu machen, der ein bisschen weiter abends ist, vielleicht auch mal einen, der morgens ist. Vielleicht mache ich es auch mal so und huddel das ein bisschen um, dass wir einen Upload-freien Tag haben, dafür längere Streams. Also ganz viele Ideen im Rahmen dessen, was man da vor allem zeitlich eben alles machen kann. Und natürlich werden wir auch im neuen Jahr, weil jetzt mit Pausen über die Feiertage, die möglicherweise anfallen, ja auch ich habe ab und zu im Jahr so zwei, drei Tage RL und Familie. Also da könnte es auch mal zu ausfällen und diversen Problematiken in den Bereich kommen. Und darum werden wir im nächsten Jahr eben anfangen, auch natürlich wieder eine Abstimmung zu machen. Zuletzt war es Assassin's Creed, davor Herr der Ringe, Darksiders 3 und so weiter. Wieder einige Arzeroth-Ferne-Stream-Projekte gemeinsam uns anzuschauen. Auch das hat ja sehr viel Spaß gemacht, soweit ich das mitbekommen habe. Auf beiden Seiten, sowohl meinerseits als auch eurerseits, was ja eine ganz tolle Sache ist und was ja auch das Ziel letztendlich dieser Aktion ist. Und dann werden wir eben damit zusammenhängen sehen, ob wir das zeitlich auch ein bisschen anders hinbekommen, ob wir ein bisschen was umstrukturieren. Ich habe einige Ideen, weiß aber noch nicht, wann ich die umsetzen will. Deswegen nur mal so ein paar Gedankenfetzen hier wieder in den Raum geworfen, ohne jetzt großartig was fest ankündigen zu wollen. Aber auch da höre ich natürlich viele, die sagen, deine miesen Arbeitnehmer unfreundlichen Stream-Zeiten. Ja, und das habe ich natürlich immer im Ohr. Und dann gucken wir mal, Junge, was ist hier los? Habt ihr das gehört? Das Handy, Freunde, die Twitter-Nachrichten. Ich raste aus die ganzen Giveaways zur Weihnachtszeit. Es ist Wahnsinn. Und da wollen wir natürlich gucken, ob wir da ein bisschen was umstrukturiert bekommen. Hier vielleicht eine Stunde mehr, da vielleicht eine Stunde eher, da ein bisschen später. Mal schauen, dass wir so aus unserem Trott ausbrechen. Und dann gerade auch Richtung Shadowlands Release, der ja noch ein bisschen weiter weg ist, vielleicht einfach ein bisschen was neu gestalten. Aber so, dass trotzdem der Grundkern von allem eben gleich bleibt. Ja, und es vor allem im Endeffekt nicht weniger wird von allen Seiten aus. Ja, und das ist soweit der Plan. Freunde, Im Grunde soll eigentlich alles nur nicer werden für uns alle. So, also heute, dieses Jahr war ein schönes Jahr. Ja, es wird natürlich noch einen kleinen Rückblick geben insgesamt. Deswegen will ich hier gar nicht mehr an diesem Infovideo so viel dazu sagen. Aber wir haben dieses Jahr 100% gegeben. Und das ist natürlich kein Grund, irgendwie nächstes Jahr weniger zu geben, sondern wir schalten noch einen Gang hoch. Machen dann eben 200, ja, und strukturieren jetzt ein bisschen was um oder so zugunsten hoffentlich aller. Ich danke fürs Zuhören. Ich danke fürs Zuschauen. Danke für jeden, der so ein bisschen sich die Links mal anschaut und sich vielleicht auch außerhalb von YouTube und Twitch so ein bisschen mit den Sachen beschäftigt, die ich so einspreche und tue. Das würde mich sehr freuen, wenn er reinschaut beziehungsweise reinhört. Ich wünsche euch eine schöne Vor- und dann im folgenden Weihnachtszeit, ja, wenn wir uns nicht noch mal hören sollten, auch schon mal einen guten Rutsch und so weiter. Und ja, bis dahin, liebe Leute. Danke euch, haut rein und tschau's!